hey leute was geht willkommen zu einem neuen video und zwar geht es heute um alle meeres forts belobigung in seo thieves und natürlich um die zugehörigen erfolge und zwar werde ich so machen dass wir jetzt schritt für schritt die jeweiligen belobigung durchgehen und unten rechts werde ich einblenden wie die belobigung heißt und ob die belobigung quasi mit einem erfolg direkt im zusammenhang steht oder eben nicht wir fangen einmal an oben links gehen einmal quer durch und zwar wird die erste belobigung seinen gelenksondierung schon mal vorweggenommen die wird uns keine erfolge bringen kein erfolg generell und zwar müssen wir dafür einmal alle sechs meeres forts besuchen ich habe sie im hintergrund markiert das ist einfacher habt ihr zu finden ja wie gesagt einfach zu allen sechs verschiedenen festungen einmal hingehen auf die festung direkt drauf und dann bekommt ihr schon die belobigung das war es dann mit gelenksondierung schon wie gesagt ist relativ simpel viele werden selbst erklärend sein aber für ein paar denke ich mal wird es doch schon gut sein wenn ich einen kleinen tipp gibt und ja dann gehen wir ab zur nächsten belobigung und zwar ist die belobigung woher sie kam das ganze ist auch ein erfolg und zwar seht ihr jetzt im hintergrund wie ich auf eine festung zu fahre die festung leuchtet grün grün heißt im endeffekt dass die festung noch aktiv ist leuchtet sind nicht mehr grün heißt es im endeffekt dass vorher ein anderer spieler die wahrscheinlich hat schon eben abgeschlossen hat also dann braucht ihr im grunde genommen nicht mehr hinfahren und zwar müssen wir für die belobigung beziehungsweise erfolg ist ja beides 250 phantome töten ihr seht hier im hintergrund ich töte die phantome mit einem dreizack habt den dreizack nutzt den auch wenn der dreizack nicht unendlich viel ladung hat findet zum beispiel ein dreizack random auf einer insel oder relativ häufig auch wenn man ein skelettschiff zum sinken bringen dann droppen die auch relativ häufig im dreizack nutzen auf jeden fall um skelette zu töten das lohnt sich aber im grunde genommen ist es egal wie man die tötet hauptsache man tötet sie falls ihr mit team mit zusammenspiel solltet merkt euch nur derjenige der ein phantom tötet kriegt dann auch angerechnet das als kleine info noch nebenbei gut das war es dann auch schon wieder mit dem erfolg beziehungsweise belobigen woher sie kam was ich auch noch mehr dazu erwähnen möchte bevor ich es vergesse alle belobigungen spielen sich im endeffekt auf den meeresforts ab nur damit da keine ungewissheit entsteht die nächste belobigung heißt geistertöter die gibt uns auch kein erfolg und zwar müssen wir für die belobigung einmal einen captain töten der captain spawnt immer bei der letzten welle quasi von den phantomen man erkennt auch relativ gut daran wenn der welle zu ende ist generell wenn die glocken läuten immer ja wie gesagt der captain spawnt in der letzten welle man erkennt ihn gut an dem roten namen und auch nur wie bei den phantomen derjenige der enttötet bekommt eben auch die belobigung und ja das war es dann schon wieder mit geistertöter und wir machen diesmal direkt weiter mit zwei belobigungen und zwar ist eine was dir gehört gehört mir das ganze wird uns einen erfolg bringen und zwar müssen wir dafür eine schatzkammer öffnen und die andere belobigung heißt die uns kein erfolg bringen wird wiederholungstäter und zwar müssen wir dafür 50 schatzkammer öffnen schatzkammer öffnen wir indem wir einen captain besiegen von einer festung der wird uns immer einen schlüssel droppen mein kollege hier vorne hat den captain besiegt ich laufe jetzt aber gleich hin und hebt den schlüssel auf wie gesagt immer da wo der captain stirbt liegt auch der schlüssel dann laufen wir einmal ganz nach unten in den keller quasi ihr sehen könnt biegen ja einmal links ab und hier ist eine tür da machen wir jetzt einmal den schlüssel rein und sobald wir das gemacht haben sollte euer erfolg schon aufploppen was die gehört gehört mir und wie gesagt jetzt müssen im endeffekt 49 mal dasselbe noch mal machen für die belobigung wiederholungstäter und ja hier drin findet ihr einen schatz quasi für die festung und das war es dann auch mit zwei belobigen und zwar machen wir direkt weiter mit zwei belobigen eine heißt langfinger dafür müssen wir ein geheimschatz finden die andere belobigung die auch ein erfolg ist heißt meisterlicher einbrecher und zwar müssen wir dafür 100 geheime schätze finden geheime schätze finden wir indem wir zum beispiel wie hier vorne eine kiste öffnen oder ich gehe jetzt gleich ins haus da öffne ich diverse schränke das ist immer so ein bisschen random ob da was drin ist oder nicht wichtig ist nur es zählen keine goldbeutel man findet relativ häufig goldbeutel da drin die zählen aber nicht es muss so was sein wie zum beispiel schädel oder ein goldener krug alles was man im endeffekt im seelenorten oder den goldsammlern verkaufen kann wie gesagt goldbeutel zählen nicht ganz wichtig ihr werdet es hier gleich sehen ich finde ein lagerraum schlüssel der lagerraum schlüssel garantiert euch quasi immer safe minimum ein geheimer schatz und zwar nehmen wir den das auch immer unterschiedlich das bond garantiert immer in jeder festung aber die position ist auch immer unterschiedlich und zwar öffnen wir damit einmal oben die tür die große tür und zwar genau in diesem schrank ist immer garantiert mindestens ein geheimer schatz das sollte schon mal selbst und ja das war es im endeffekt mit den zwei belobigungen wie gesagt der zweite die zweite belobigung gibt uns ein erfolg und zwar meisterliche einbrecher und zwar machen wir weiter mit der belobigung schneller koch und zwei sollt wissen jeder fort ist relativ gleich aufgebaut ihr seht ja ich gehe den haupteingang rein bieg links ab dann sind wir in diesem großen raum falls sie was zu essen mit dabei habt dann könnt ihr es direkt hier auf die pfanne legen wenn nicht stehen eigentlich immer genug obstkisten rum und generell halt ja essen dann nehmt ihr einfach euer essen euer banane oder kokosnuss was auch immer und legt es hier auf die vier pfannen drauf und sobald ihr das gemacht habt bekommt ihr auch schon schneller koch und die nächste belobigung heißt nickerchen und zwar müssen wir dafür mit einem anderen piraten in einem hochbett schlafen wir gehen hier im haupteingang rein laufen die treppe hoch und nicht hier sondern wir gehen noch eine treppe hoch hier sehen wir ein paar betten und zwar brauchen wir dafür am besten teammates natürlich auch mit einem random gehen allerdings logischerweise wird es im team mit deutlich einfacher sein und zwar legt ihr euch einfach in so ein doppelbett und in dem selben doppelbett logischerweise legt sich euer kamerad entweder drüber oder halt eben drunter je nachdem wo ihr positioniert zeit und dann solltet ihr die belobigung auch schon bekommen hier seht ihr es bei mir tat abgeschlossen aber ich habe die mehrere sport belobigung schon deswegen bloppt jetzt nicht direkt auf ich zeige euch hier noch mal ein kleines beispiel wie meine kollegen sich hier einlegen die haben sich so ein bisschen erst geweigert die wollen nicht zusammen bett liegen der eine lauft weg während der andere drin liegt aber kriegen doch noch dazu überredet kurz ins bettchen rein zu springen mit ihm ja wie gesagt es ist nur wichtig dass jetzt zu zweit parallel quasi kurz im bett liegt und dann bekommt ihr auch schon die belobigen die kasschen das sind jetzt auch schon bei der letzten belobigung und zwar ist die runde von meinem rasen und zwar müssen wir für die belobigung ein gegnerisches schiff mit einer meeresford kanone treffen und zwar gibt es im endeffekt genug meeresford kanonen das sollte kein problem für euch sein welche zu finden mein kollege kam zum glück auf die idee das ganze bei einem skelettschiff auszuprobieren und es funktioniert tatsache ihr müsst jetzt also keine echten spieler nehmen sondern das ganze funktioniert auch bei einem skelettschiff ihr habt ihr jetzt die möglichkeit ja entweder ihr sagt ihr wollt es mit gegen einen gegnerschiff machen also pvp schiff dann würde ich euch empfehlen dass ihr schnitter auswählen die botschafter schnitter und am besten noch die toten kopflagge ist weil dann wird die halt einfach auf der karte angezeigt und es ist wahrscheinlicher dass gegner zu euch kommen dann könnt ihr das ganze so machen dass sie einfach bei einem meeresford wartet ich meine ihr werdet auf der karte angezeigt und vielleicht habt ihr glück dass ein gegnerisches schiff zu euch kommt oder macht das ganze natürlich so wie wir und zwar mit einem skelettschiff und zwar würde ich empfehlen wenn ihr also generell würde ich empfehlen das ganze jetzt vielleicht nicht direkt zum zum anfang hin machen ja weil ihr müsst ja eh wenn ihr alle belobungen machen möchtet müsst ihr ja erst mal 50 meeresford säubern ja und vielleicht habt ihr ja bis dahin schon glück dass irgendwie random ein skelettschiff oder ein piratenschiff zu euch kommt ja falls ihr eben kein glück hatte empfehle ich auf jeden fall wenn ihr solo spielt dass ihr auf der karte schon mal während ihr ja auf dem boot seit schon mal so ein bisschen guckt ob er vielleicht ein skelettschiff seht dann fahrt ihr einfach zum skelettschiff schießt es ein zweimal an und fahrt langsam zum meeresford springt dann so schnell wie möglich aus geht zum meeresford hoch geht an der kanone und versucht es natürlich abzuballern logischerweise im solo wird das ganze denke ich mal auf der art und weise ein bisschen schwieriger sein am besten wird sein wenn ihr mit jemand anderem spielt dann macht ihr das so wie wir das im hintergrund hier machen und zwar einer steht oben der die belobigung noch braucht an der kanone logischerweise und ihr fahrt dann mit eurem teammate oder alleine dann halt eben mit mit dem skelettschiff quasi um den meeresford herum so dass der team da oben steht natürlich die möglichkeit hat das skelettschiff abzuballern und ja ich würde sagen das war's im video und ich bedanke mich fürs zuschauen man hört sich tschau tschau